Ja, herzlich willkommen zu About Schmidt2 Episode 19 mit Antrag. Und neu, ich muss dir gerade überlegen, weil wir haben ja gerade besprochen, dass du auch mal sagen kannst, immer diese 19, 20, sind wir jetzt schon bei Folge 138. Ich war jetzt so im Flow, jetzt habe ich es gesagt. Jetzt habe ich es gesagt. Ich probiere es dann bei der 20. Lass uns mal dieses Gelaber sein, wir haben so viel vor heute. Das ist wirklich unglaublich. Weil man muss ja sagen, dieser kleine, feine Podcast, den wir hier in deiner Dachmannsarde zusammenbasteln, der zieht immer weitere Kreise. Also der wird weltweit gehört. Du wertest ja immer, also auch für die Shorts, so Zuschauerfragen und Anregungen aus. Und der wird sogar in Köln gehört. Ja. Unfassbar, oder? Das ist wirklich verrückt. Dieser Podcast wird sogar in Köln gehört. Ich war vor einer Woche beim sogenannten Knubbelabend der Roten Funken. Da bist du ja fertig. Ja, genau, genau. Ich bin irgendwie vor zwei Jahren ja bei den Roten Funken, dem besten, größten, ältesten, traditionsreichsten Karnevalschor der Welt, Mitglied geworden. Großartig. Ich bin immer noch dankbar. Spitzname Tippelbruder. Also hui und geht gerne zu Fuß. Und ja, da trifft man sich so einmal im Monat mit seinen Jungs. Ausgiebig, ausgiebig, ne? Oder? Du meinst jetzt Alkohol. Ja, 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 ja. Ausgiebig, ausgiebig, genau. So, und das Fantastische ist, dass man immer mit neuen Leuten ins Gespräch kommt. Und ich hatte den natürlich vorher schon mal irgendwie gesehen und kurz hallo gesagt, dem Lorenz. Aber dieses Mal haben wir uns richtig lange unterhalten. Und er ist großer Fan unseres Podcasts und hat gesagt, wir sollen mal was über machen, wir sollen mal was machen über die Arche Noah. Und ich so, hä, Arche Noah? Ja. Kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Und ja, ich schicke dir da den Link bei YouTube. Und dann schickte er mir aber nicht nur den Link von Arche Noah, sondern auch den Link von Kölscher Klüppel. Ja. So, beides, beides, ja, auch unter diesen Titeln abgelegt bei YouTube. Also nicht die kompletten Shows, sondern so als 10, 12 Minuten Aktion. Und wir beginnen mal mit Kölscher Klüppel und hören direkt mal rein. Wir müssen jetzt so reden wie im Karneval, dass ich immer eine Frage, was du hier gesagt hast, wiederhole. Wie Kurierdienst? Kurierdienst. Was Kurierdienst? Das ist so ein Kurierdienst auch. Also ein Kurierdienst. Das ist so ein Kurierdienst für eine Küche Stadt. Das sind Kuriere, was soll ich nicht da sagen? Ja, genau. So, aha. Da haben wir hier wahrscheinlich auch schon Briefe durchgefahren. Ja, mit Sicherheit. Ja, sind wir deswegen korrupt? Nee. Nee. So. Ja, das sind wir schon direkt beim Thema Karneval. Und bist du eigentlich ein Karnevals-Jack? Nein, nein, nein. Warum? Irgendwie habe ich da keinen Spaß dran. Du musst mal mit nach Köln gehen. Vielleicht bin ich auch, genau, vielleicht bin ich in der falschen Location unterwegs. Vielleicht sollte ich mal mit nach Köln. Ja, ja, ja. Also ich meine, es gibt, auch hier im Saarland wird toll fasend gefeiert. Ich feiere weg dann, ich mache dann Urlaub. Ja, ja, ich ja früher auch, aber jetzt hat es mich halt wieder gepackt. Und damals, das muss man ja sagen, das war eine Nummer, da ging es um Korruptionsfälle wegen einer Müllanlage, wo nicht das billigste Angebot genommen wurde, sondern das teuerste. Und irgendwelche SPD-Politiker, aber auch CDU-Politiker, sehe ich wohl einiges, aber auch nicht so viel. Also da ging es wohl um Beträge von 20.000 Euro oder Mack damals noch. Mark, Mark, Mark. Ja, muss ja noch. Ja, ja, genau. Die Sendung ist von 99. Und so, und dann, da denkt man ja so im ersten Moment, wenn man so auch das hört, ja, der Andrak hat immer in der Show viel vom 1. FC Köln erzählt, die Nummer ist bestimmt auf seinem Mist gewachsen. Nein. Das war Harald, ja. Ich sagte dann auch, Mensch, ist das nicht ein bisschen zu speziell, weil das ging natürlich in den Kölner Medien über Wochen, Monate, ja, diese, und dann musste der zurücktreten. Und das war alles so kleinteilig. Und man muss dazu sagen, also Harald hat mich ja dazu gebracht, wirklich intensiv, seit ich bei der Harald-Schmidt-Show bin oder war, Zeitung zu lesen. Also ich habe jeden Tag Süddeutsche, FAZ, auswendig gelernt, die Zeit, den Spiegel, die Bunte, die Gala, alles Pflichtlektüre, die Bild-Zeitung sogar damals. Und den Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, da lief die Nummer schon siebeneinhalb Minuten. Und wenn man sich das heute anguckt, denkt man auch so, ist ein bisschen zäh. Ja. Na, oder? Ja, ist ein bisschen sehr speziell. Kommt sich so ganz in die. Nee, genau. Ja, vor allem, wenn man nicht weiß, genau, um was es geht. Ja, genau, genau, genau. Ja, und das ist jetzt mit dem Abstand von, wie, mein Gott, 24 Jahren noch mehr. Aber auch damals war das so alle für außerhalb von Köln. Aber du merkst schon, wie die Leute doch zuhören. Und dann kommt irgendwie wirklich die billigste Comedy-Nummer aller Zeiten. Wir kleben uns Schnurrwörter auf. Ja. Und zwar war wir ja für das, also auch den, man muss sich das angucken, ja, wenn Harald da so die Augen aufreißt. Der macht das wirklich wieder fantastisch, muss ich sagen. Ja, diesen Lichter, ja, und das ist natürlich der Sänger von den Black, äh Quatsch, nein, von den Höhnern. Ja, genau. Von den Höhnern. Das wollte ich jetzt auch Blackface sagen. Nein, 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 nein. Blackface, okay. Genau. Götter. Also die Höhner werden ja irgendwie diskutiert, ob es eine gute Band oder nicht oder nur irgendwie alles abgekupfert haben. Aber eben der alte Sänger, Henning Krautmacher, habe ich zuletzt hier im Saarland noch kennengelernt bei einer Firmenveranstaltung. Super Typ. Aber der hat halt so diesen gezwirbelten Schnurrbart und, äh, und, 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 und direkt klappt das und direkt geht er auch in diese Karnevalsnummer. Ich wiederhole mal alles, ne? Ich wiederhole alles. Och, der hat das wirklich schnell. Oh, 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 uh, uh, ne? Das ist nämlich das Vorbild von, ähm, die Gondorf hätte ich beider gesagt, ne, von einem Kolonia-Duett. Ja. Ne, der Kleine mit der, ja, blablabla, 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 blablabla. Das hast du auch nie früher gesehen, Kölner Karneval. Nee, 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 nee. Oh mein Gott, du hast ja eine traurige Kindheit gehabt. Absolut, absolut. Lass uns mal in den nächsten Ausschnitt reinhören. Und da tut der auch ganz ob die Firma Trinikens vertrete. Wat denn auch die Firma Trinikens? Och, die Firma Trinikens. Die, wat denn der rote Flitte per Flitzer beauftragt hat mit der Schmierjelder? Ja, 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 ja. Ja, wat denn, ich denk, der ist bei der CDU? Ja, der ist bei der CDU. Ja, dat ist der Klüngel. Der hätt aber auch gestimmt dafür, dat der Firma Trinikens die Möllverbrennungsanlacht wohl da. Wat denn, obwohl da andere Bilder ja gewesen sind? So, ich nehme das jetzt mal vorweg, wir kommen gleich nochmal zu dem Ejo Dat. Und zwar kommt in dieser ganzen, dann singen wir noch ein paar Kölsche Karnevalslieder, ne? Kölsche Fründe, bringt doch einen mit, ne? Und dann trinke ich tatsächlich dieses Bier. Zeig's bloß nicht von vorne. Nein, Prost, Prost. Ja, sonst ist es eine Werbesendung. Gaffelkölsch, zum Wohl. Ich hab gesehen, erst mal... Ich lieb ja Kölsch. Echt? Ja, absolut. Ach, dann lieb ich dich. Ich lieb... Ich lieb Kölsch. Ja, es gibt ja ganz viele so Saarländer, die dann mit Urpilz aufgewachsen sind. Die sind so, äh, Kölsch... Nee, ist jetzt tatsächlich... Mädchenpipi... Das Karlsberg ist tatsächlich nicht mein Bier. Ja, aber das ist doch ein geiles Bier, oder? Ja, absolut. Und ich hab's jetzt erstmals gesehen, ich darf's jetzt auch wieder nicht in die Kamera zeigen, weil das wäre ja auch Werbung für einen Fußballverein. Die haben jetzt hinten auf das Etikett geklebt, exklusiver Kölsch-Partner des 1. FC Köln mit Logo und Geistbrock. Tolle Sache. So, auf jeden Fall in dieser Sendung, äh, das war, äh, ja, was, 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 was trinken Sie, äh, für einen Kölsch heute, Herr Andrak, ne? Und, ähm, da trinke ich genau ein Gaffelkölsch, aber frei. Was heißt frei? Alkoholbefrei. Achso, alkoholbefrei. 0,0 Prozent. Und zwar trinke ich das so, was dann noch ein extra Lacher bringt, weil dieses alkoholfreie Kölsch ist, kannst du echt nicht trinken, das schmeckt so grässlich. Wahrscheinlich war das damals, äh, hab ich die, die, ah, 27.05., ne, Quatsch, kann ja gar nicht sein. 27.05. 23. Ich hab da 27.05.2023, ja, genau. Also, im Mai 2023 lief diese Show, ne, also entweder war, es muss eigentlich 2002 gewesen sein, weil, äh, da hab ich ja, in dem Jahr hab ich ja, äh, jedes Jahr, äh, jeden Tag, äh, in der Show ein Bier getrunken. Ähm, was ich auf jeden Fall sagen. Leute, den Ausstieg, den wir gerade gehört haben, ne, das wird uns ja auch vorgeworfen, dass ich immer so hin und her springe. Aber da muss man halt dann sich ein bisschen konzentrieren, hallo, man, so, da gibt es dann, also das finde ich aus, 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 aus zwei Gründen sehr schön. Erstens mal, dass, ähm, sich, sich Harald Schmidt auf diesen Dialekt einlässt, das Kölsche, was er immer so gerne gemacht hat, weil er das auch so im Karneval kennt, aber natürlich nicht richtig kann. Im Schwäbischen war er natürlich, ja gut, 120 Prozent perfekt, genauso wie ich natürlich im Kölschen perfekt bin. Und, und er will das einfach so durchziehen und dann merkst du halt einfach, oder hörst es ja auch, als ich dann sag, ey, jo, dat, was so eine typisch Kölsche Floskel ist, so nichtssagend, aber nochmal so eine Bestätigung. Und dann muss er ja abbrechen, weil er irgendwie selber lachen muss. Also, wo halt einfach nicht mehr quasi, in Anführungszeichen, in der Nummer bleibt, sondern sich da drüber lachen muss. Und, 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 und das finde ich irgendwie schön, dass wir dann, und die Leute haben ja gejohlt, die sind dann, also in der zweiten Hälfte von der Nummer, waren die ja, haben ja unter der Decke. Ja, der war echt gut. Und, 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 und dann ist das auch richtig lustig, auch jetzt irgendwie 20 Jahre danach, mit einfachsten Mitteln, mit Impro-Comedy und, ja, einfach ein bisschen blöden Dialekt sprechen, der eine kann es, der andere nicht, und sich zwei Bärte ankleben. Also, billigste Humor-Voraussetzung, aber es funktioniert, ne? Großartig. Und jetzt, jetzt hören wir uns was ganz anderes an, was Lorenz mir empfohlen hat, und zwar was sehr, 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 sehr aktuell ist, und da geht es um Klimawandel. Sie können auf SILT den Kick-Off mitfeiern. Genau. Ja? Wir haben viele Prominente, die da sind, die auch nicht mitkommen auf SILT, Partykönige, Partyluder. Hier ist Ammer. Hier ist Partykönig Ammer, der, glaube ich, das Kick-Off organisiert. Genau. Und mit dabei viele Prominente, Kardalow und so weiter, die sagen Tschüss. Okay. Also es geht Ihnen nochmal darum, dass, ja, ähnlich wie bei der biblischen Flut, und Arche Noah hat da eben Tiere auf seine Arche gepackt, also Noah hat auf seine Arche, ja, die Arche Noah, Tiere gepackt, und zwar von jeder Art 2. Und die Grundidee ist, also jetzt ist bald ja wieder, Flut und, ne, also auch damals habe ich jetzt mal, ah ja, jetzt habe ich den richtigen Datum aufgeschrieben, 8. Februar 2007. Ähm, ja, was denn? Ja, das ist so. Ja, manchmal, manchmal mache ich auch was richtig. So. Und da war eben einfach das Thema, das ist ja jetzt auch nicht irgendwie von den Grünen erfunden worden in der Ampelregierung, sondern das Thema gab es halt auch schon vor 16 Jahren. Ja, und so, wir müssen jetzt mal entscheiden, also da fährt diese Arche ab, und wir müssen uns entscheiden, nicht welche Arten von Menschen, sondern welche Typen von Menschen. Und da wollten Sie nicht alle mitnehmen, ne? Da wollten Sie nicht alle mitnehmen. Ne, 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 aber auf jeden Fall Filipinos. Warum Filipinos? Naja, weil die irgendwie unter Deck arbeiten und die ganze Arbeit machen auf dem Schiff. Das fährt das Schiff ja nicht. Ja, ja, klar. Natürlich. Die Arche fährt ja noch nicht mal los ohne Filipinos, das war natürlich total rassistisch, aber ist ja egal. So, du hast die beiden Nummern geguckt, Klüngel und Arche Noah. Fällt dir was auf, ein Unterschied? Also das eine ist ja Sat.1 Zeit, würde ich mal sagen die Hochzeit, 2002, obwohl ich geschrieben habe, 2023, also es muss 2002 gewesen sein. Fünf Jahre später die Arche Noah Nummer. Findest du irgendwie, wie und mit unserem Zusammenspiel? Es war ein bisschen, also meiner Meinung nach war es ein bisschen lahmer. Inwieweit lahmer? Was meinst du mit lahmer? Jetzt von der Stimmung vom Publikum her oder von dem, was... Ne, die ganze Stimmung von der Situation her war es irgendwie ein bisschen, ich weiß gar nicht, was du schreiben soll. Ich finde das interessant, weil das, was du sagst, haben quasi deckungsgleich viele Journalisten zu der Zeit geschrieben. Und zwar kommt das aber... Das hat so ein bisschen der Pepp gefehlt, sage ich mal. Ja, aber interessanterweise wollte Harald viel mehr Pepp reinbringen als früher. Es ist nämlich hektischer und das kannst du irgendwie... Ja, genau, hektischer. Definitiv auch. Also bei dieser Nummer, bei diesem Ausschnitt, den wir da gerade gehört haben, das hatten die Autoren, hatten dann halt zwei Bilder von diesen unsäglichen Mallorca-Typen und Kader Loth, der auch noch die halbe Titte da irgendwie... Ja, da hätte es in früheren Zeiten, hätte alleine irgendwie dieses Bild, hätte der anderthalb Minuten drauf rumgeritten. Oder? Und hier ist so, ja, 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 und da ist noch Kader Loth und jetzt weiter. Ja. Also auch der Dialog zwischen uns, es wird irgendwie so... Taka, 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 taka. Das kam natürlich auch durch die geringe Sendezeit. Wir hatten ja vorher, bei Sat.1 hatten wir 48 Minuten Netto plus 12 Minuten Werbung, macht eine Stunde. So. Jeden Tag hast du jede Menge Zeit, lässt du dir Zeit. Redest auch mal sieben Minuten, irgendwie Blödsinn bei der Kölsch-Klüngel-Nummer. Sieben Minuten, so, ne? Wenn du diese Nummer nimmst, 15 Minuten Kölsch-Klüngel zur ARD-Zeit, wäre die halbe Sende noch schon weg gewesen. Ja? Ja, vielleicht war es auch was. Ja. Und da war so wirklich, du merkst bei dieser Archen-Noah-Nummer, finde ich, obwohl die inhaltlich Weltklasse ist, wir hören gleich noch einen Ausschnitt, inhaltlich ist die Weltklasse und auch sehr, sehr lustig, aber du merkst dieses Gehetztsein. Ja. Und dieses Gehetztsein, das haben viele, viele Journalisten als Lustlosigkeit. Ja, das fehlt, sag ja, das fehlt so ein bisschen, der Pep fehlt irgendwie so ein bisschen. Ja, aber, 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 aber seine Intention war genau umgekehrt. Ja. Er hat immer gesagt, zumindest zu ARD-Zeiten, bei Sat.1 haben wir ja Sendezeit verschwendet. Ja, ach, immer dieses stundenlange Gerede über den ersten FC Köln und so, ja, das war damals, mein Gott, wir mussten ja halt irgendwie vier, fünf Sendungen die Woche füllen, ne? Aber jetzt ist ARD, jetzt ist beng, 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 beng. Inhalt, 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 Inhalt. Ja, das war's wahrscheinlich. Aber, aber, aber beim Zuschauer kommt rüber, ja, und so eine gewisse Lustlosigkeit, ne? Nach dem Motto, da zeige ich ein Foto. Schnell abgearbeitet. Schnell abgearbeitet, genau. Ne? Hektik. Und, also, wie gesagt, inhaltlich war die Nummer super, dass du halt einfach mal gefragt hast, tja, wer überlebt denn die nächste Sintflut? Also können wir jetzt nochmal einen Ausschnitt reinhören? Den wir jetzt natürlich nicht haben. Ja, also das ist, ne? Also, gut, da gibt's jetzt zwar schon so Mini-Dialoge, ne? Spanier, Italiener, Franzosen definitiv nicht. Das ist ja in den Ausschnitten nicht dabei, da sitzt auch zu der Zeit, war das dann auch noch irgendwie, wollte Harald noch neben dem ollen Sidekick, dem man nicht mehr so ganz vertraut hat, dem Andrak, hat er noch als Sidekicking Nathalie, saß bei der Band auf einem Barhocker. Und da ist die natürlich sehr, sehr gut eingeschritten, ja, wie keine Franzosen. Und wer kümmert sich um den Sex und um die Küche, ne? Wer kümmert sich um Sex und um Küche, ja? Das geht ja gar nicht. Und ich hab grad mal im Skript gesehen, also es wird dann alles durchdekliniert. Amerikaner kommen auch nicht da mit, alles vorbei. Israelis kommen mit, aber eben paritätisch, ein arabischer, ein jüdischer. Drei vom afrikanischen Kontinent kommen mit. Tiere, keine Chance, die hatten ihre Chance, also im Alten Testament, das ist vorbei, Tiere überleben nicht. Und dann kommen, und das ist dann quasi so, ah, jetzt fragen sie sich, das ist dann quasi so die Vorante der Nummer, jetzt fragen sie sich, ob wir überhaupt keine Deutschen dabei sind. Doch, irgendwie, wir brauchen ja dann nach der Sintflut jemanden, der aufbaut. Also zwei deutsche Trümmerfrauen und das ist sehr lustig. Aber ich muss sagen, der Manuel hat hier im Skript geschrieben, zwei deutsche Trümmerhaufen. Nein, das hab natürlich nicht ich geschrieben. Ach so. Ja, ich lasse das doch immer schreiben von meinem Sekretär. Ach so, das wusste ich nicht. Nein, du weißt doch, wie das ist, ich kloppe dann, ich höre das dann und dann mache ich mir meine Notizen, so meistens, wenn ich im Zug fahre und dann kennst du doch diese Rechtschreibprogramme. Du machst dann Trümmer und dann guckst nicht richtig hin und Textvorschlag ist. Und zack, das ist ein Trümmerhaufen. Ja, aber den Trümmerhaufen, wie kann man denn irgendwie aus Trümmerfrauen Trümmerhaufen machen? Ja, wahrscheinlich hat das direkt auf das Deutsche bezogen, beim Aufbau, die Trümmer. Also auf jeden Fall, die Trümmerhaufen werden nach der Sintflut von den Trümmerfrauen weggeräumt. Wir trinken hier jetzt noch das Gaffel zu Ende und freuen uns auf die nächste Folge. Da geht's richtig rund. Da geht's richtig rund und das ist was für alle BWL, VWL und sonstigen zukünftigen Millionäre. Da geht's darum, wie viel wurde eigentlich mit der Show verdient und wie war das Verhältnis von der Harald-Schmidt-Show zum Business, zum Money, zur Kohle. Bis nächste Woche. Bis dahin.